Fotoein? Nein, Fleisch. Ich werde dir voll befummeln. Finde ich gar nicht gut, aber okay. Jetzt geh mal da weg, ey! So gibt es kein Foto. Zisch ab, Mann! Nein, ich will eigentlich nur filmen, weil... Okay! Filme ich wenigstens. Ah! Zeig mal, wie du deinen Körper entdeckt hast. Was kann er denn alles? Man legt die Finger hier hin. Ich hab gar keine Ahnung. Und dreht. Was? Oh mein Gott! Und jetzt kommt der Hammer. Ich sage dir, Kojak, jetzt kommt der Hammer. Was? Ach, du schon wieder. Naaaaaah! Oh mein Gott! Dann geh ich gleich zur Tette. Also, Nichi ist vorbei, Booyah. Ähm... Dann sollten wir vielleicht schon mal vorfahren. Nicht wahr? Und die Koffer holen. Yeah, Nichi ist vorbei. Boah, chaotischer Tag. Äh... Irgendwie total chaotisch. Mega. Äh... Zack. Und äh... Jetzt ist gleich heim. Termin für nächstes Jahr stattdessen. Echt? Ja. Ja. Dann gleich mal, äh... Dann Montag buchen. Montag buchen. Okay. Yeah! So, wir sind jetzt im Zug. Wir haben den besten Platz der Welt. Auf dem Boden! Na? Wie immer. Awesome. Einfach. Ja. Und ähm... Kommt 23 Uhr erst an. Morgen arbeiten. Und überhaupt. Toll. Yeah! Und äh... Drüben sitzen Leute auf Plätzen, die irgendwie nicht für ihre Körpermasse... Äh... zusammenrücken könnten. Die meisten wirklich auch sitzen könnten. Die keine Reservierung haben. Ist zu viel verlangt. DB! Faa... Ja. Und... Wie war so dein... Wochenende? Schön. 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 So schön. Das war so... Das war so schön. Das war so schön. Das war so schön. Das war so schön. Das ist er. Das ist er. Ähm... Ich bin so tot. Ich bin so unglaublich tot. Ist egal. Ich kann... Ich kann nicht... Ich kann nicht nach Hause schleppen. Ich halte die Leiter und flieg weiter. Ich fang nicht auf wie gut. Ich fahre mit dem Rest. Ich fahre mit dem Daryl-Shirt. Ich lass mich doch nicht tragen. Ohren! Durch das Ear. Was? Das ist so geil. Ja... Jetzt fahren wir hier noch drei Stunden. Oder? Ungefähr. Ja, in der Trap. Ja. Peace too. Und... Ja, nicht ganz. Gleich schon. Und keine besoffene Fußballdinger diesmal. Ja. Ja. Dinger vor allem. Leute. Fußballdinger. Leute. Menschen. Things. I'm doing stuff, Lori. Things. Scheiße. Äh. Äh. Also. Ich hab nicht sie geschafft. Bis jetzt. Äh.